Der Ladeanschluss befindet sich im vorderen Radlauf. Ist das Fahrzeug entriegelt, die Parkstellung ausgewählt und die Zündung ausgeschaltet, drücken Sie rechts, um den Deckel zu öffnen. Bei einem Netzstecker schließen Sie das Kabel erst an die Stromversorgung und dann an das Fahrzeug an. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Wenn eine geplante Ladezeit festgelegt wurde, beginnt der Ladevorgang später. Sobald der Stecker verbunden ist, wird er verriegelt. Drücken Sie zum Trennen die Entriegelungstaste auf dem Smart Key und ziehen Sie das Kabel innerhalb von 30 Sekunden ab. Eine LED an der Seite des Ladeanschlusses zeigt den Ladestatus an. Der aktuelle Ladestand der Batterie und die Reichweite können in der Leistungsanzeige der Instrumententafel angezeigt werden. Wählen Sie zwei Eingabefelder oder ein Eingabefeld im Display-Layout-Menü aus. Über Mein Elektrofahrzeug können Sie Einstellungen für das Aufladen der Batterie vornehmen und Informationen zum Ladestand aufrufen. Im Menü Energie finden Sie Informationen zu Stromfluss und Reichweite. Der Energiesparmodus reduziert den Energieverbrauch und kann verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass die Reichweite nicht bis zur nächsten Ladestation reicht. Wischen Sie über das Menü Mein e.V., um den Ladebildschirm aufzurufen. Dieser Bildschirm liefert Informationen über den aktuellen Ladestand der Hochvoltbatterie. Wählen Sie die Vortemperierung aus, um die nächste geplante Abfahrtszeit aufzurufen und zu bearbeiten. Mit der Jaguar InControl Remote Smartphone App können Sie den Ladevorgang über die Remote-Ladefunktion aus der Ferne überwachen und steuern. So erfahren Sie den Lade- und Anschlussstatus, die Reichweite, den Ladezustand, die verbleibende Dauer und die Laderate. Herr Böckner, der Lade im Auftrag des Wörterbatterie. Untertitelung des ZDF, 2020